Musik Hallo zusammen, ich begrüße euch heute hier am Hockenheimring, wo wir im Rahmen der Formula Student Germany das Team der RWTH Aachen unterstützen. Lasst uns doch mal gemeinsam schauen, was Sie gerade in der Garage werkeln. Musik Die Formula Student Germany ist ein internationales Event für technische Studierende aus aller Welt. Im Rahmen dieses Events treten die Studierenden in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Entscheidend ist das Gesamtpaket, bestehend aus der technischen Performance auf der Rennstrecke und den wirtschaftlichen Aspekten des Automobilbaus. Musik Mario, wir sind hier gerade auf der Zielgeraden des Hockenheimrings. Du bist Teammanager des RWTH Aachen Team. Wie waren eure bisherigen Erfahrungen und was steht als nächstes an? Wir sind gerade hier hinter mir auf der Stadt Zielgeraden des Hockenheimrings das Acceleration Event gefahren. Wir konnten auch mit 3,81 Sekunden wirklich eine gute Zeit ringen. Jetzt wird das Auto gerade in der Box vorbereitet, um dann direkt hinter dir auf dem Hockenheimring auch wieder das Autocross Event zu fahren. Das klingt sehr spannend. Wir drücken euch definitiv fest die Daumen. Danke. Musik Gerade für Informatiker und Ingenieure entstehen durch die Digitalisierung eine Vielzahl von neuen Tätigkeitsfeldern. Autonomes Fahren, E-Mobility oder neu entstehende Geschäftsmodelle in den Bereichen Big Data oder Neuroscience bieten beispielsweise vielfältige Aufgabenstellungen für IT- und Naturwissenschaftler. Interesse geweckt? Dann bewerbt euch bei uns. Wir freuen uns auf euch. Musik